Moin Leute und willkommen zurück hier bei BAC 4 World Rally Championship 4 und ja ich muss wirklich ablesen, der Titel ist so lang. Und ja, wir sind bei einer neuen Folge und schauen einfach mal in die nächste Etappe. Wir haben ja jetzt 4 von 6 Etappen hinter uns, werden jetzt in dieser Folge die letzten beiden Etappen dieser Rallye machen, werden dann auch zum Ende hin natürlich dann gewinnen. Und jetzt geht es erstmal nochmal in den Service Park, wo wir unser Auto so ein bisschen reparieren können. Ja, der Pontus Tiedemann wollte wieder nicht so viel Druck machen, weil er sonst Fehler gemacht hätte. Kann ich verstehen, habe ich auch manchmal das Gefühl. Und so, wir gucken erstmal, das Auto ist ja doch schon so ein bisschen im Arsch. So, Fahrzeugreparatur, das ist schon rot, die Federung. 16, ja machen wir mal. So, Karosserie, 25, ei, ei, ei. Ja, machen wir auch mal, dann haben wir hier noch was gereifen. 6 Minuten, 13 Minuten haben wir noch. Auspuff, nehmen wir den Auspuff. So, dann haben wir es eigentlich zeitlich ganz gut gemacht und dann wollen wir natürlich gleich weiter gucken. Jetzt sieht es doch schon wieder viel schöner aus. Wir können auch mal in das Fahrzeugsetup reinschauen, Vorderachse. Hier kann man dann ein paar Feineinstellungen quasi vornehmen. Traue ich mich jetzt aber nicht so richtig ran. Daten. Ah, da können wir es dann speichern. Hier haben wir noch Karosserie, Bremsverteilung, Fahrzeughöhe. Ja, kann man alles einstellen. Aber ich denke mal, mit den Standardeinstellungen sind wir schon nicht so verkehrt. So, dann würde ich sagen, geht es mal ab auf die vorletzte Etappe dieser Rallye. Und ich bin mal gespannt. So, er fährt wirklich gut hier in Deutschland, aber ein paar der Abschnitte in den heutigen Specials könnten uns einen Vorteil verschaffen. Ja, das werden wir dann wirklich sehen. Ich denke nämlich mal nicht. Wir schauen mal ganz kurz auf die Strecke. 5,9 Kilometer, die längste Etappe ist Stein und Wein. 67 Prozent trockener Asphalt, 33 Prozent verstaubter Asphalt. Und so richtig schwierig wurde es noch nicht. Also es gab noch keine Dreckbahn, wo man halt wirklich die meiste Zeit durch den Wald düst, wo links rechts immer mal Bäume sind, ganz knapp neben der Strecke. Da werden wir noch hinkommen. Also es wird noch ein bisschen schwieriger werden. Kann ich euch beruhigen. Und genießen wir es, solange es noch so ein bisschen einfacher ist. So, los geht's auf die fünfte von sechs Etappen. Oh, da war die Handbremse unangebracht. Da kam ich gar nicht mehr nach links rüber. Nicht schneiden. Das kommt mir hier bekannt vor dieser eine Stelle. Autsch. So, einmal kurz die Wand geknutscht. So, und falls jemand von euch bei der ersten Folge nicht dabei war, umso größer die Zahl, desto weniger eng ist die Kurve. Also wenn wir hier eine Dreierkurve haben, die ist deutlich enger als eine Sechserkurve. Die Eins ist dann natürlich so eine H-Nadelkurve. Da muss man dann die Handbremse dazu nehmen, damit man da vernünftig rumkommt. Erster Sektor fünf Sekunden schneller als die anderen. Verläuft also ungefähr so wie die anderen auch. Und da haben wir unseren ersten schönen Abhang. Schade, es gab früher wirklich Spiele von Codemasters. Da hat man richtig noch sehen können, wie das Auto da unten aufdetscht und alles hinüber geht. Mittlerweile wird man mal wieder auf die Strecke zurückgesetzt. Autsch. So, das war aber mal eine harte Kante hier. So, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Damit wir das Auto hier nicht vor der letzten Etappe komplett zerschroten. Weil wir können es zwischendurch jetzt nicht mehr reparieren. Vorsicht. A-Nadel rechts, Handbremse. Und A-Nadel links, Handbremse. So, bin ich mal gespannt, ob wir hier in dieser, ob wir jetzt noch in Führung sind, hier bei dieser Etappe. Die fünf Sekunden, ob wir die eingebüßt haben oder ob wir sie gerade noch so halten konnten. Rechts, drei, in links, drei. Vorsicht. A-Nadel rechts, Abhang außen. A-Nadel links, Handbremse. Rechts, drei, dann links, drei. Das war es Kante. Ach, komm. Boah, der Rückwärtsgang, der kommt so spät erst rein. So, jetzt gucken wir mal. Oh ja. Rechts, fünf. Dann A-Nadel rechts. Hinterbauch, Handbremse. Sech, Tick. Link, sechs. A-Nadel links. Handbremse. Aber zwölf Sekunden in diesem blöden Sektor verloren. Rechts, rechts, rechts. So, das macht natürlich nichts, weil für die Gesamtwertung macht das nichts mehr, weil wir so einen großen Vorsprung haben. Aber ich will natürlich auch noch über die Ziellinie fahren können mit dem Auto. Deswegen müssen wir jetzt mal so ein bisschen vorsichtiger sein. Ich muss mich mal so ein bisschen konzentrieren. Weniger quatschen. Links, vier. Rechts, drei. Dann links, vier. In Haarnadel rechts. Handbremse. Links, sechs. Dann rechts, sechs. Vorsicht. Abzeigung links, ab. Handbremse. Links, vier. In rechts, drei. Dann links, drei. Mauer, innen. Oh, aufpassen. Gerade noch gut gegangen. Aua, also das Auto macht echt Probleme gerade. Das haben wir echt richtig schön zu Schrott gefahren noch bei den letzten beiden Sektoren. Aber so bleibt es ein bisschen spannend, ne? Ist ja auch was. Oh, und der Rückstand. 16 Sekunden. Rechts 2, links 3, dann rechts 3, scharfe Kurve 2, schauen innen, links 2, dann rechts 2, mittig halten, links 5, scharfe Kurve 3, lang. Rechts 3, rechts 2, Vorsicht, Abzweigung rechts ab, Scharfe Kurve 3, dann links 4, rechts 3, nicht schneiden. Links 4, in links 3, in Haarnadel rechts, Scharfe Kurve 3, dann links 3, öffnet sich 3. Ja, guck mal, hier waren wir doch schon mal, ne? Ich wollte gerade sagen, diese Stein-Strohballen, die kommen mir doch auch bekannt vor. So, also die Etappe, die war nicht so gut. Zum einen, weil die Zeit nicht so gut war, aus Schneid. Und zum anderen, weil wir das Auto so ein bisschen zerstört haben. Oh, wirklich? Ist das, das ist jetzt aber nicht die Gesamtwertung, ne? Sechs Minuten, ne, das kann ja nicht sein. Äh, zwei Sekunden sind wir jetzt hinten gewesen, da haben wir die Gesamtwertung. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade echt Angst gehabt. Aber so langsam waren wir ja eben jetzt auch nicht. Äh, wir haben zwei Sekunden verloren. Und das war ja gar nicht viel, dann muss der letzte Sektor ja noch richtig gut gewesen sein. Mensch, ich bin ja begeistert. Wir haben auf jeden Fall 44 Sekunden Vorsprung vor dem Pontus Tiedemann, vor der letzten Etappe. Und, ja, selbst mit der Schrottkarre, die wir haben, sollte das zu halten sein. Also, da müssen wir aufpassen, dass wir das Auto jetzt nicht kaputter machen, sondern ein bisschen kontrolliert ins Ziel. Wir müssen jetzt die Etappe nicht gewinnen. Wir können da durchaus was verlieren. So, das Roadbook war wirklich perfekt und wir haben gute Arbeit geleistet. Die Einstellungen meines Forts sind perfekt. Ja, sonst wäre es da auch nicht vorne gewesen. So, 2,2 Kilometer, das ist ja süß. Die Schlussetappe wirklich kurz. Da können wir ja quasi rückwärts fahren und würden immer noch vor dem Pontus im Ziel landen. Von der Gesamtwertung her. Das Drohental. Ja, da sind so, in der Mitte sind so ein paar Serpentinen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber ansonsten habe ich da jetzt keine großartigen Schwierigkeiten finden können. So, das Auto ist natürlich, alter, das Auto ist natürlich nicht mehr so richtig toll. Aber gut, damit müssen wir jetzt hier einmal kurz um die Hinkurs rum. Aufpassen. Ja, passt. So, haben wir sogar Vorsprung. Mir gefällt das ganze Auto nicht. Die Federung ist mir da schon einerlei. Aber der Vorsprung wächst. So, das sind hier die Serpentinen. Da müssen wir jetzt noch einmal kurz rückwärts fliechen. Und 5,9. Also, wir bauen unseren Vorsprung gleich aus. Und haben es ja auch gleich geschafft. Hier eine kleine Begegnung mit dem Zaun. Aber das Ziel ist vor uns. So, da müssen wir nochmal aufpassen. 6 Sekunden, also auf der Sektor gehörte uns. So, und da vorne ist das Ziel. Und damit sind wir quasi nicht nur Etappensieger, sondern auch Sieger der Deutschlandrallye. Gut, das ist jetzt noch der Junior-Bereich gewesen. 7 Sekunden haben wir hier. In der Gesamtwertung liegen wir dann 52 Sekunden vor dem Typen. So, das Ziel war 6er Platz. Wie hätten wir denn 6er werden sollen? Rallye-Konkurrent. Ja, wir haben insgesamt 11.000 Rufpunkte geholt. Damit werden wir dann uns wahrscheinlich bewerben können. Bei besseren Teams, bei besseren Veranstaltungen. Es wird natürlich dann auch ein bisschen schwieriger werden. Und was sagt er zu sagen? Ich habe im Laufe des Wochenendes viele kleine Fehler gemacht. Ich muss einfach präziser sein, wenn ich den LP nächstes Mal schlagen will. Den LP, also der Nachname, das klingt doch ein bisschen bescheuert. Aber gut. So, am Ende der Rallye kommen die Fahrer zurück in den Service Park, um die Rallye zu feiern. Ja, schön. Feiern müssen wir jetzt nicht. Das ist jetzt noch kein großer Triumph gewesen. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt ein paar gute Angebote an Land ziehen. Und das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich warte nochmal ganz kurz ab, wo uns der Ladebildschirm hinführt. So, also ist ein neuer Stern geboren. Hier haben wir dann so ein paar News. Im Kampf um das Siegertreppchen schaffte es Tiedemann 2, Suarez 3 zu übertrumpfen. Ich hoffe, dass der erste Sieg von vielen ist. Er hat Talent und den Erfolg verdient. Gut, dann haben wir hier noch eine E-Mail von der Scarlet. Hallo Lehrer, eine Menge Leute im Service Park sprechen über dich. Sie scheinen gemerkt zu haben, wie viel Potenzial du hast. Natürlich sehe ich auch dieses Potenzial und habe es geschafft, ein paar neue Joker-Angebote für dich einzuholen. Die nächste Rallye wird sehr wichtig, denn ein gutes Ergebnis du hast. Könnte dir ein Angebot für die ganze Saison im kommenden Jahr einbringen. Überleg dir gut, welchen neuen Vertrag du unterschreiben möchtest. Bis bald, Scarlet. Ja, da schauen wir dann bei der nächsten Folge dann besonders nochmal rein. Ich gucke gerade nochmal. Ich würde sagen, wir bleiben in dem Niminen-Team. Das hat zwar hier nur eine Fahrzeugleistung, wobei Amberg... Gehen wir zum Amberg-Team. Und dann machen wir hier ein kurzes Päuschen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Würde mich wirklich sehr freuen. Und ihr könnt natürlich noch am Gewinnspiel teilnehmen. Alles dazu erfahrt ihr quasi in der ersten Folge. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Folgen. Bis dann. Und hier. Wir sehen uns dann.